Liebe Patientinnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich in der Universitätsfrauenklinik Essen. Mein Name ist Rainer Kimmick, ich bin der Direktor der Klinik. Im Folgenden möchte ich Ihnen unser Konzept zur Behandlung des Gebärmutterkrebses, auch Endometriumkarzinom genannt, vorstellen. Diese Krebsart hat zunächst mal eine gute Seite, denn sie ist in einem ganz hohen Prozentsatz heute heilbar, und zwar durch eine in der Regel relativ einfache Operation, die Gebärmutterentfernung und der Mitnahme der Eierstöcke. Unser Problem und damit das Problem auch unserer Patientinnen ist aber, dass die meisten Frauen eine gute Chance auf Heilung haben, weniger davon allerdings ein erhöhtes Risiko für Rezidive und letztlich für das Fortschreiten der Erkrankung. Und wir müssen diese beiden Situationen unterscheiden können, denn die Therapie für diejenigen, die ein höheres Risiko hat, ist ausgedehnter und hat damit auch mehr Nebenwirkungen. Unsere Leitlinien, die uns sagen, wie wir uns verhalten sollen, unterscheiden daher die Therapieformen, nämlich zum einen die einfache Gebärmutterentfernung mit Eierstöcken für die Patienten mit niedrigem Risiko und die Entfernung der Gebärmutter mit Eierstöcken und der gesamten Lymphabflusswege im Becken, aber auch entlang der Hauptschlagader für die höheren Risikopatientinnen. Das bedeutet aber auch, da wir wissen, dass etwa 5 Prozent, das heißt 5 von 100 Frauen mit sogenanntem niedrigem Risiko, doch Lymphknotenmetastasen, also Absiedlungen in den Lymphwegen haben und damit eigentlich einer ausgedehnter Therapie bedürfen, dass wir diese nicht ausreichend therapieren, damit wir den anderen 95 Prozent nicht zu viel Nebenwirkungen zumuten. Auf der anderen Seite auch ist es so, dass von den sogenannten höheren Risikopatientinnen viele gar keine Lymphknotenmetastasen haben, nämlich ein höheres Risiko dafür, das heißt sehr viele von diesen, manchmal bis zu 80 Prozent, behandeln wir mit ausgedehnter Operation und damit höherem Risiko, obwohl sie dies eigentlich nicht bräuchten. Wie also können wir dieses Problem lösen? Dass wir nicht 5 Prozent der Patienten übersehen, die eine ausgedehntere Therapie brauchen und vielleicht zwei Drittel oder mehr der Patientinnen zu ausgedehnt behandeln, die das gar nicht brauchen und die oft ja, zum Beispiel durch Übergewicht, durch Diabetes oder andere Erkrankungen, ja ohnehin schon ein erhöhtes Risiko für Komplikationen bei Operationen haben. Hier hilft uns die Entfernung des sogenannten Pferden-Lymphknotens, auch Sentinel-Lymphonodectomie genannt, die es uns ermöglicht, wie wir aus den wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre wissen, auch beim Gebärmutterkrebs eine sehr genaue Vorhersage über den Befall der Lymphknoten zu treffen. Dies ist vergleichbar zum Brustkrebs, eine Methode, die deutlich weniger Nebenwirkungen und Risiken aufweist, als die komplette Entfernung der Lymphknoten. Durch diese Erkenntnisse können wir nun zum einen den Frauen, die normalerweise gar keine Lymphknotenentfernung bekommen, weil ihr Risiko gering ist, die Möglichkeit geben, dass die 5% der Frauen, die doch Lymphknotenmetastasen haben, diese erkennen und somit auch behandeln können. Zum anderen aber auch sehr viele, sicherlich die Mehrzahl der Frauen, die hohes Risiko für Lymphknotenmetastasen haben, aber tatsächlich gar keine Aufweisen vor der ausgedehnten Operation schützen. Was wir nun in unserem Essener-Konzept anbieten, ist, dass wir nicht nur den Tumor und einzelne Lymphknoten entfernen, sondern auch das Gebiet dazwischen, nämlich den sogenannten Lymphabfluss. Denn auch wenn die Lymphknoten noch in Ordnung sind, kann auf der Strecke der Lymphgefäße bereits Tumor sitzen. Hierzu spritzen wir eine grünflorestierende Flüssigkeit, wie Sie sie auf dem Monitor hinter mir sehen und können auf diese Weise den Weg vom Tumor in die Lymphknoten festhalten. Dann wird das Gewebe vom Tumor bis zu diesen sogenannten vierten Lymphknoten entfernt und nur wenn dann im vierten Lymphknoten noch Tumor sitzt, wird die ausgedehnte Operation angeschlossen. So hoffen wir in Zukunft einerseits viele Patienten vor der ausgedehnten Operation schützen zu können, andererseits aber auch keine Patienten zu übersehen, die eine solche brauchen. Diese Methode versetzt uns heute in die Lage, nicht nur denjenigen Patienten, die ein niedriges Risiko haben, die Chance zu geben, doch Lymphknoten, Metastasen zu erkennen und diese dann auch zu behandeln, wie insbesondere auch denen, die unter dem hohen Risiko keine haben, den großen und sehr viel belastenden Eingriff zu ersparen. Darüber hinaus setzen wir heute beim Endomethonomkarzinom nahezu ausschließlich die minimalinvasive Methode der Laparoscopie ein, die an sich bereits eine deutliche Verminderung der Belastung und der Operationsrisiken mit sich bringt. Wir wissen aber auch, dass die sogenannte computerassistierte Präzisionschirurgie, auch kurz Robotic Surgery genannt, eine weitere Reduktion der Belastung mit sich bringt und somit insbesondere für Patienten mit erhöhtem Operationsrisiko durch Zusatzerkrankungen oder großes Übergewicht weitere Vorteile bei der Behandlung bringt. Diese Technologie der Robotic Surgery ermöglicht auch Patientinnen, bei denen sehr komplexe, schwierige Operationen durchzuführen sind oder die ein besonders hohes Körpergewicht haben, die Operation in gleicher Präzision und mit vergleichbar geringen Risiken wie bei anderen Patientinnen durchzuführen. Durch diese Möglichkeiten zum einen die Patientinnen, die eine ausgedehntere Operation benötigen, genauer zu erfassen und andererseits heute mit sehr geringen, jedenfalls gegenüber früheren Zeiten deutlich reduzierten Operationsrisiken zu behandeln, können wir die Situation für die Frauen mit Endometriumkarzinom, dem Gebärmutter-Ölenkrebs, weiter verbessern. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder auch einen individuellen Fall besprechen möchten, kontaktieren Sie uns jederzeit gerne. Dies ist am einfachsten über unsere Homepage möglich. Hier können Sie auch, wenn es Sie interessiert, die Videofilme der Operationen, die für interessierte Kolleginnen und Kollegen gedacht sind, ansehen. Und sollten Sie selbst erkrankt sein, lassen Sie sich gut beraten und dann können Sie erwarten, dass Sie eine hohe Chance haben, auch wieder gesund zu werden. Und dann können Sie sich gut beraten, dass Sie eine hohe Chance haben.